Begreift Sarah Wagenknecht überhaupt Putins explizite Vorstellung eines adelig geführten Eurasiens? Ich dachte, sie sei links. Es gibt nur drei Wege, um den eigenen Willen anderen Leuten aufzudrängen. Reden, Geheimoperationen und Gewalt. Russland scheint daran gescheitert zu sein, der ukrainischen Bevölkerung die Vorstellung schmackhaft zu machen, unter Kontrolle Moskaus zu geraten. Rund 72% betrachten Russland als einen feindseligen Staat. Rund 70% der Menschen in acht wichtigen NATO-Staaten möchten der Ukraine wirtschaftlich helfen, aber keine Waffen liefern. 39% halten Russland für Schuld an der Ukraine-Krise und 18% die pro-russischen Separatisten. Russland hat also den Laberkrieg verloren. Da es keine überraschenden Staatsstreiche gegeben hat, um eine pro-russische Marionette in Kiew zu installieren, muss man damit rechnen, dass Russland auch den Geheimdienstkrieg verloren hat. Bleibt also nur Gewalt übrig als Option. Sarah Wagenknecht versucht es mit labern. In der Maischberger Sendung hält sie es für zielführend, nicht den brutalen Tschetschenien-Krieg zu erwähnen, sondern Putins alte Bundestagsrede. Mit dieser hätte Putin die Hand ausgestreckt und er wollte Teil Europas sein, aber die NATO habe darauf reagiert mit der Osterweiterung. Sie redet darüber, was die Supermächte wollen. Wenn aber die ukrainische Bevölkerung überwiegend Teil Europas sein will und nicht Teil der russischen Einflusssphäre, dann interessiert das plötzlich nicht. Russland ist seit weit über 1000 Jahren eine aggressive, expansive Großmacht bzw. Supermacht. Viele NATO-Analysen waren sich vollkommen im Klaren darüber, dass eine echte Absicherung osteuropäischer Staaten viel zu teuer wäre. Die USA mögen ihre Finger gehabt haben in dem Maidan-Aufstand, aber es steckte wie üblich nicht viel dahinter. Man scheuchte die Menschen auf und ließ sie dann hängen. Werfen wir kurz einen Blick auf eine besondere Stelle der Bundestagsrede von Putin. Nach seinen Vorstellungen soll Eurasien eine adelige Supermacht sein, was überhaupt nicht zu Wagenknechts linker Ideologie passt. Er sagte, erinnern Sie sich zum Beispiel an die Tochter Ludwigs IV., des Fürsten von Hessen-Darmstadt. Sie ist in Russland als Fürstin Elisabeth bekannt. Sie hatte ein wirklich tragisches Schicksal. Nach dem Mord an ihrem Mann gründete sie ein Nonnenkloster und während des Ersten Weltkriegs pflegte sie russische und deutsche Verletzte. Im Jahre 1918 wurde sie von Bolschewissen hingerichtet. Ihr galt eine allgemeine Verehrung. Vor kurzem wurde ihr Wirken anerkannt und sie wurde heilig gesprochen. Ein Denkmal für sie steht heute im Zentrum Moskaus. Diese Fürstin war eine Enkelin der britischen Königin Viktoria, die formell eines der brutalsten Kolonialreiche der Welt anführte. Trotz der scheinbaren Unabhängigkeit der 13 amerikanischen Kolonien formte sich ein anglo-amerikanisches Imperium, das schließlich das Verteidigungsbündnis NATO formte und den globalen Kapitalismus anführte. Ich dachte, Sarah Wagenknecht sei links- und anti-NATO. Der gesamte real existierende Kommunismus fußt auf der Revolution unter Lenin über das Zarenhaus Russlands. Aber nun gibt es ein Denkmal für Fürstin Elisabeth, die von Kommunisten umgebracht wurde. Sie wurde gar heilig gesprochen. Im Deutschen Bundestag zeigte Putin, der im Luxus lebt wie ein Zar, größte Sympathien für den Zarenadel, der die gleiche Familie war wie der britische Thron. Einer der heikelsten russischen Oligarchen heute ist der Neomonarchist Konstantin Malofyev, der sich angeblich auch in die Belange der Ukraine einmischt. Ich dachte, Wagenknecht sei links. Putin sagte im Bundestag, vergessen wir auch nicht die Prinzessin von Anhalt Zerbst. Sie hieß Sophie Auguste Friederike. Sie leistete einen einzigartigen Beitrag zur russischen Geschichte. Einfache russische Menschen nannten sie Mutter. Aber in die Weltgeschichte ging sie als russische Zaren Katharina die Große ein. Interessanterweise gab es unter der Zaren natürlich noch die Bauernleibeigenschaft. Militärisch konnte die Zaren erhebliche Siege verbuchen gegen die Türken und den Zugang zum Schwarzen Meer sichern. Auch ein Teil Polens sowie die Halbinsel Krim konnten an Russland angegliedert werden. Der Plan war ihren Sohn Paul von der Thronfolge auszuschließen, was ihr aber nicht gelang. Sie fand für ihn als Frau die deutsche Prinzessin Wilhelmina Luisa von Hessen-Darmstadt, die sich vorhin Natalia nannte, Tochter des Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt. Der einzige praktikable Ersatzkandidat für den Thron war Konstantin. Dieser war aber eine recht instabile Person und seine Ehe mit Juliane von Sachsen-Coburg-Saalfeld, unbenannt in Anna, war eine Katastrophe. Julianes bzw. Annas Bruder Leopold heiratete Prinzessin Charlotte, die Anwärterin auf den britischen Thron. Leopold wurde König von Belgien und sein Neffe Prinz Albert von Sachsen-Coburg heiratete die britische Königin Viktoria. Der berühmte preußische Politiker Otto von Bismarck bezeichnete Coburg später spöttisch als die Pferdezucht für den Adel Europas. Aus Sachsen-Coburg-Saalfeld entwickelte sich im Laufe der Zeit das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha, das nahtlos an das Haus Hannover den britischen Thron fortführte. Ich dachte Wagenknecht sei links. Ihren MA-Abschluss machte sie mit einer Arbeit darüber, wie Karl Marx frühzeitig über Hegel dachte. Über seinen Vater lernte Marx den Baron Ludwig von Westfalen kennen, der Macht und Ansehen besaß und Verbindungen aufwies zur Oberschicht Großbritanniens und Schottlands. Die Familie von Westfalen hatte tiefe Verbindungen zu den Nachrichtendiensten und Geheimgesellschaften, die immer gut informiert sein wollten, über revolutionäre Gruppen und ideologische Netzwerke. Philipp von Westfalen wurde 1751 Sekretär des preußischen Generalleutnants und Freimaurers Ferdinand von Braunschweig, dem Schwager vom preußischen König und Freimaurer Friedrich II. Ferdinand war zudem Mitglied im Illuminatenorden, wo sich auch Personen tummelten wie der Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Die Familie Hessen-Kassel war enorm eng verwandt mit dem britischen Thron. Ferdinand von Braunschweig hatte den Oberbefehl über die verbündeten Truppen von England, Hannover, also der Ursprung der britischen Königs-Dynastie, und Preußen. Philipp von Westfalen übernahm ebenso eine wichtige militärische Funktion und der britische König George III. aus dem Haus Hannover verlieh ihm dafür einen hohen Titel. Philipp heiratete eine Adelige mit schottischen Vorfahren. Sein Sohn war Ludwig von Westfalen. Dessen Sohn Ferdinand Otto wiederum wurde preußischer Innenminister und war somit verantwortlich für die Spionage gegen revolutionäre Gruppen, also auch linke Gruppen. Ludwigs Tochter Jenny heiratete schließlich Karl Marx. Ludwig arbeitete als hochbezahlter Justizangestellter in Trier. Ist Sarah Wagenknecht nie aufgefallen, dass Marx ein Spion des Adels war? In dem relativ neuen Buch Putins People von Catherine Belton findet sich eine interessante Anekdote. Ein Westbanker erzählte die Geschichte von seiner Tante, die russische Prinzessin Tatjana, die in den Deutschen von Metternich Adel eingeheiratet hatte und in einem Schloss nahe Wiesbaden lebte, nahe der Haupt-US-Militärbasis. Sie erzählte, wie beeindruckt sie gewesen sei von einem jungen KGB-Offizier Wladimir Putin, der sie in ihrem Zuhause besucht hatte und dort die Beichte abgelegt hatte. Tatjana Hilarionovna, Prinzessin von Metternich-Winneburg, ist geboren in Petrograd, also St. Petersburg, wo Putin herkam und später Vizebürgermeister wurde. Tatjana von Metternich-Winneburg war die Tochter von Prinz Hilarion Sergejevich Vasilchikow und Prinzessin Lydia Leonidovna Vyassemskaya. Sie war die Witwe von Paul Alfons, Prinz von Metternich-Winneburg und war die letzte Vertreterin des Hauses Metternich-Winneburg. Es gibt eine Querverbindung zu dem Haus Hohenlohe-Langenburg. So erhielten im Jahr 1631 die Grafen von Hohenlohe-Langenburg die thüringische Grafschaft obergleichen mit Ordruf im Herzogtum Sachsen-Gotha. Die zu Hohenlohe-Langenburgs hatten Querverbindungen zu den Häusern Sachsen-Meiningen und Schleswig-Holstein-Sonderburg. Die britische Queen Victoria und Prinz Albert waren verwandt mit Fürstenhäusern wie Coburg, Leiningen und Hohenlohe. Es wurde immer wieder vermutet, dass Putin abstammt von russischen Adlingen aus Tver, die ehemalige Hauptstadt eines mächtigen mittelalterlichen Staates und eine Provinzstadt im russischen Reich. Es gibt heute die Stadt Tver und den Oblast Tver, der angrenzt an Moskau. Aus dem Geschlecht der Vasilchikows, zu dem Tatjana von Metternich gehörte, übernahmen viele Personen hohe Ämter am Hof der Zaren. Die Zaren waren ab einem gewissen Punkt durchgehend die Häuser Schleswig-Holstein und Hessen. Also der Orbit aus Welfen, Vetinen und Reginaren. Alexander Semyonowitsch Vasilchikow war einer der Favoriten und Liebhaber der russischen Zaren Katharina der Großen. Den Forschern gelang es nicht, den Ursprung des Nachnamens Putin zurückzuverfolgen. Die Welt kennt eigentlich nur einen Putin, Wladimir Wladimirowitsch Putin. Kein anderer Geschichtswissenschaftler, kein Wörterbuch erwähnt den Namen Putin inmitten von zehntausenden anderen Namen. Dann wurde eine überraschende Tatsache entdeckt. Wladimir Putin sieht aus wie Fürst Mikhail Tverskoy. Ist Putin ein Nachkomme des Tverer Prinzen? Der Name Putin wird unter den russischen Namen nicht erwähnt. Das bedeutet, dass der Name künstlichen Ursprungs ist. Dieser Name tauchte erst spät auf, irgendwo in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Alle Putins stammten ursprünglich aus dem einen Clan der Putins aus der Region Tver. Uneheliche Nachkommen von Adelsfamilien erhielten oft gekürzte Namen. Der russische Schriftsteller Pnin zum Beispiel war ein unehelicher Sohn von Feldmarschall Repnin. Es gab viele andere Gelegenheiten wie diese. Betskoy statt Trubetskoy. Gribov statt Gribojedov. Die neuen Namen inoffizieller Clanzweige wurden durch Deduktion gebildet. Eine Silbe wurde einfach herausgenommen. Im Familienbuch der Region Tver wird der Name Putiatin, ein Clan russischer Fürsten, erwähnt. Dieser Clan brachte in Russland viele herausragende militärische Führer, aber auch Künstler, Politiker und Priester hervor. Dies ist einer der ältesten Clans in der russischen Geschichte. Wenn Präsident Putin ein Nachfahre des Putiatin-Clans ist, bedeutet dies, dass Wladimir Putin eine Beziehung zu allen Königsfamilien Europas hat. Die Familie der russischen Prinzessin Tatjana, die von einem jungen Putin besucht wurde, flüchtete bei der kommunistischen Revolution wie fast alle Romanovs auf britischen Schiffen. Mit ihrem Ehemann bezog sie das Schloss Johannesberg in Geisenheim mit anhängendem Weingut. Geisenheim liegt in Hessen, im Regierungsbezirk Darmstadt. Die Familie der russischen Zaren war zu einem großen Anteil, genau wie die britische Königsfamilie, die Linie Hessen-Darmstadt. Putin ist aber alles andere als privilegiert aufgewachsen. Die fast 900 Tage dauernde Belagerung Leningrads, die Heimat Putins, durch die deutsche Wehrmacht war eine der verlustreichsten und brutalsten Belagerungen, die es jemals in der Geschichte gegeben hat. Es wird geschätzt, dass über eine Million Zivilisten in der Stadt verhungerten oder an anderen Folgen verstarben. Die deutsche Luftwaffe beschoss gezielt die Badaev-Lagerhäuser, wo ein Großteil der Lebensmittelvorräte Leningrads aufbewahrt wurde. Wo waren seinerzeit Wladimir Putins vermeintliche Eltern Maria und Wladimir Senior? Wladimir Senior hatte als Soldat nur knapp den Kampf gegen die Deutschen, mit zwei verkrüppelten Beinen und chronischen Schmerzen überlebt. Maria hatte am Ende der Belagerung Leningrads kaum noch die Kraft, um zu laufen. Der gemeinsame Sohn war in einem Kinderheim verhungert. Es heißt, Wladimir Wladimirovich Putin sei 1952 diesen beiden Eltern geboren worden, wobei die letztendliche Bestätigung fehlt und er genauso gut adoptiert worden sein könnte. Wie muss es wohl gewesen sein, in dieser Familie und dem zerstörten, traumatisierten Leningrad aufzuwachsen? Welche Gefühle gab es wohl in dem Putin-Haushalt gegenüber den Deutschen? Putins prägende Kindheit und Jugendzeit könnte deutlich schlimmer gewesen sein als die von Stalin. In einem Artikel für die Publikation Ruski Pionier erzählte Putin, dass sein Vater Mitglied der kommunistischen Partei geworden war und einer Sabotageeinheit der Geheimpolizei NKWD zugesahlt wurde. Angeblich harrte er stundenlang unter Wasser aus und atmete durch einen Strohhalm, weil die Deutschen seine Einheit fast komplett ausgelöscht hatten. Ein Verräter sei schuld gewesen an diesem Fiasko. Der erste Sohn starb an Unterernährung und Diphtherie, wobei erst Jahre später überhaupt in Erfahrung gebracht werden konnte, wo er begraben lag. Die Mutter soll schon zusammen mit Toten abtransportiert und im letzten Moment vom Vater entdeckt und in die Wohnung zurückgebracht worden sein. Fast alle Brüder von Wladimir Senior seien im Krieg gestorben. Anstatt auf die offensichtlichen Traumatisierungen und die immensen psychischen Verwundungen einzugehen, schreibt der russische Präsident, dass man keinen besonderen Hass gegenüber den Deutschen verspürt hätte. Mit diesem offensichtlichen Unsinn will er als Staatschef vermeiden, deutsche Sympathien zu verspielen. Außerdem ist es typisch narzisstische Großspurigkeit. Er steht mal wieder über den Dingen, wie ein Superman, nichts bringt ihn aus der Bahn. Auch wenn er selbst nicht den Krieg erlebt hat, so muss der Horror deutliche Folgen für seine Eltern gehabt haben. Unter solchen Bedingungen stirbt Emotionalität ab und es wird praktisch unmöglich, mit dem Kind eine normale emotionale Bindung zu haben. Der junge Wladimir zeigte von Anfang an problematische Persönlichkeitszüge wie extreme Reizbarkeit und Gewaltausbrüche. Welche Rachegelüste gab es im Putin-Haushalt? Wie stand man zu den Deutschen? Man kann es sich vorstellen. Die Rote Armee walzte gegen Ende des Krieges über ein Land nach dem anderen hinweg und besetzte große Teile Deutschlands, vertrieb Millionen Menschen, übte Rache und besetzte Grund und Boden für die nächsten Jahrzehnte. Glauben Sie, der Putin-Haushalt hat den Deutschen Tränen nachgeweint oder glauben Sie, man hat die Triumphmeldungen gefeiert? Der Geschichtsunterricht des jungen Wladimir war streng anti-deutsch, das kulturelle Gedenken war anti-deutsch und sogar die Kindersendungen im Fernsehen und die Unterhaltungsromane waren anti-deutsch. Schild und Schwert wurde zum Bestsellerbuch und zeigte als Helden einen sowjetischen Superagenten, der auf Mission in Deutschland war. Später wurde das Ganze auch noch verfilmt zu einem Klassiker des anti-deutschen Kinos und ein zusätzlicher Einfluss auf die Karrierevorstellungen des jungen Wladimir Putin. In der vierten Klasse entschied sich Wladimir Putin für das Wahlfach Deutsch. Zu diesem Zeitpunkt war der Kalte Krieg im vollen Gange und die Bundesrepublik war zwar ein wichtiges Ziel, aber längst nicht oberste Priorität. Wenn Putin den Wunsch hatte, wie in Schild und Schwert in Deutschland als Spion zu arbeiten, dann hätte er bei dieser Tätigkeit überzeugend einen deutschen oder zumindest einen deutschen Freund spielen müssen.